Servus heute und herzlich willkommen zu einer neuen folge survival island mit dabei ist wieder der Geo mit dem ich auch das projekt hier mache und weiter geht's nach dem intro so gut wenn alles geklappt hat zählt er jetzt auch seine sicht links oben in der ecke du kannst auch ruhig reden du brauchst nicht so schüchtern sein ja ja hi und wenn sich wer gerade fragt was macht das feld da dann schaut einfach mal bei geo vorbei gute überleitung guter überleitung schaut einfach bei geo vorbei weil bei ihm kam die zweite folge bei mir kommt die dritte bei ihm die vierte oder schon einfach bei mir auf dem kanal da habe ich sicherlich eine playlist am stahl und so dann wie sagen ich hole mir jetzt mal hier den baum hit me baby one more time warte ich habe fünf setzlinge ich muss die mal hinsetzen schau was ich da habe schau her schau her nur zu gasen nicht lustig so du bist österreicher du darfst ach so alter es kommt richtig flach alles gerade so wie deiner mutter hau so wie das ist alter oh da steht ein zombie den hole ich mir auf ihn mit gebrüllt das war ein zweiter zombie alter alter du bist einfach so schlecht das ist unfassbar ich hab dich bedenkt bedacht bedenkt ja ich hab dich bedacht dass ich auf einmal nur noch so wenig leben habe oh zombie hat mein schwert aufgenommen wie unfair ist das denn eh der zonanbien hat mein schwert das ist doch mal mega unfair ich komm mal runter ok warte ich versuche gerade zonbien töten ja ehhhh mit mit sand spitzhacker am start hu ha ha ich hab dein schwert HA タKAM HA 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 AAAAAAAA AAAAAAAAH aAAAAA AAAAAAA AAAAAAAA also wie lange deine folge geht ist mir eigentlich egal weil du musst ja hochladen du kannst von mir das kannst du dir auch länger machen ich mach dir auch so zehn minuten damit das fair ist hä wo ist das eisen hin ach das ist schon fertig wie nützt du keine kohle holzverschwendung vor der win fackeln platzieren muss gelernt sollen soll ich dir auch schon mal ein eisenschwert machen ja wenn du willst es wäre echt vorzüglich dann haben wir noch zwei stufen ein schwert an die macht ich habe nur zwei herzen sondern mal ein bisschen kohle mit ja am besten eigentlich ist auch schon relativ schlau eine eisenspitzhacke zu machen ja aber also schwert ist so ich denke mir jetzt mal wichtiger ja ich hole mal gerade noch ein bisschen holz so der war uns auch schon wieder weg und dann versuche ich mal ein bisschen erde ach das wieder ein baum ein bisschen erde damit auch mal oder geht das oder geht das überhaupt noch was wenn wir jetzt hier in einem großen teil mit erde machen fackeln und so dass er dann im schwein und zu sparen weiß nicht probier mal gut weil ich weiß nicht ob das geht ich hab auch voll die entspannte minecraft musik dran ja sehr froh ich mach voll die hüllen erkundungstour so recht folge kundlicher gebiet ja es ist noch die frage wo kriege ich erde her weiß nicht ich mach mir gleich schon mal in die kiste ich glaube da habe ich die ganze erde reingegeben 18 stück sind noch ja ich mache mir meine eisenschaufel ja ja gönn dir gönn dir wir haben es doch wir haben es doch jetzt haben wir immer noch ein eisen soll ich dir auch eine machen nein nicht ja angebot stand ja ich habe jetzt auch eisen gefunden das kann ich mir einfach dann wieso du wieso du weil ich eine egoistische sau bin ich habe jetzt eben auch mein eisen abgegeben damit du dir ein eisenschwert machen kann ich hab keinen eisenschwert gemacht ich hab dir aber eins gemacht pech ich nimm es nicht an hast du halt zwei hä jetzt wo soll ich die erde herkriegen ja geh in die höhle da gibt es ja auch erde ich hab nur noch zwei herzen ja ich hab auch nur noch zwei herzen und ich muss schauen wie ich da jetzt rauskomme du penner soll ich reinkommen und dir ein eisenschwert bringen ja du kannst mal den creeper da weg boxen ja ich hab zwei herzen und nur noch zwei hungerkollen aber oder drei aber läuft ich mach mir mal eine eisenschaufel hi hier eisenschwert es liegt hinter mir ich hab noch ein herz lauf lauf jetzt kommt mir auch schon wieder nacht nein oder doch man das feld sollte ein bisschen schneller wachsen was wir ein bisschen cool so warte ist die auf ach hier auf dem boden ist auch noch erde stimmt mhm schmeckt das gut kann ich ja auch noch bauen natürlich kann ich ja nicht bauen aber rotten flash ist das beste ey da kann man sich richtig mal einen von gönnen ja hab ich mir jetzt auch gerade so dann möchte ich die erde mal wieder ein zack wie ich einfach mal nur noch zwei hungerkeulen hab und ein herz mann hör auf du scheiß hunger hör auf mit dem hunger spielt man nicht ich schon oh schöner sonnenuntergang ja ist es nicht romantisch nein ist es nicht jetzt wollte ich dich gerade flach legen bah jetzt hab ich echt angst vor dir ja ist einfach froh dass du in österreich wohnst und ich in deutschland ja so gut ähm das war es auch wieder von der folge ich werde sterben komm du kannst doch meinen tod zeigen so ich bedanke mich an der stelle fürs zuschauen hofft dass es euch gefallen hat bis zum nächsten mal haut rein hatte tschüss tschau hij wolf 2 ässe kann ich ja springen so erzeugen hoff ru Warren du bist wir sorry mutig den sch autofen das orbiting ort schüß sailed etwas Tschüss.